Sind wir schon drauf? Sind wir drauf? Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu meinem Vlog, der die Show It Takes Two dokumentieren wird. Hier auf meinem YouTube-Kanal gibt es immer ein bisschen mehr Informationen, als ihr dann tatsächlich im Fernsehen sehen werdet. Und ich hoffe, euch macht es genauso viel Spaß wie mir, denn es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Wir sind jetzt gerade am Weg zu den Proben. In wenigen Stunden beginnt die Aufzeichnung. Und ich bin sehr aufgeregt, denn heute, neben den Kandidaten, die natürlich großartig sein werden, habe ich eine sehr, sehr experimentelle Frisur vorzuzeigen. Und ich bin sehr gespannt, wie die aussieht. Ich nenne sie auch gerne das heilige Haar. Und alle wurden angehalten, es mit großer Vorsicht zu transportieren. Danke Kat, danke. One Take. Ich bin ein One Take Wonder. Und der nächste, der bei uns antritt, ist André Dietz. Der hat vergangene Woche bleibenden Eindruck bei uns hinterlassen, auch bei unserer Hausratsversicherung. Konchita. Aber eine supergeile Nummer mit so viel Power. Ich habe es gerade geliebt. Die Show ist wundervoll. Danke. Einfach hoch. Eine super, super starke Nummer von drei starken Persönlichkeiten. Darf ich mit dir was drehen, Schätzchen? Geht das? Nein, nein. Sitzen, wir haben sitzen. Laufen wir. Hör mal. Meine Lieben, ich sitze gerade hier bei Konchita. Ich bin heute Konchita. Das ist wahr. Wie war der Name? Silvia. Silvia. Silvia ist mein Licht-Double. Nicht nur das. Sie gehört ihr alle drei, ne? Seit Coaches sehe ich prominent die Gesichter, die wir heute auf der Bibel gewinnen. Wie geht's dir so? Also, ich. Mir geht's wundervoll. Ich habe ein bisschen... Ja, ich nehme mich vorbehalten. Die Haare sind ein bisschen ähnlich. Ja, die Haare sind ähnlich. Es ist sehr gut vorbereitet. Vielen Dank, Silvia. Ich bin hier hinten oben und schreibe mit, was auch immer du sagst, denn das sage ich dann auch. Das ist doch faszinierend. Ich danke dir. Ich bin hier hinten oben und schreibe mit. Es ist zu beachten, dass in der ersten Sendung die Profisänger noch nicht wussten, wer denn die Prominenten sind, die sie da hören. Und ich sind abends. Spannend. Ihr seid jetzt fertig. Wer noch nicht ehrlich ist, ist es Daniel. War das? War das? Ich bin ja nur der Lava-Hans. Zum Glück muss ich nicht singen. Es folgt noch zwei Werte, meine Damen und Herren. Und so langsam werden die Marianne und Michael Bühne frei für Mimi und Gil. So, meine Lieben, ich befinde mich hier in der Generalprobe. Ich hoffe, bis Sie zu. Nicht vergessen, dass Sie einschalten. Ich trage zwei auf Gott. Vielen Dank für die Zuschauer und die Gita und gegen Hoferin! Wie geht's dir? Hallo mein Bruder, was du zu mir gesagt hast. Aber bin ich gut. Hat dir das Mama auch rausgelegt heute? Ja, das hat Mama gesagt. Ich guck euch an. Weil ich bin geordnet. Genau. Wir wissen, dass ihr ohne Sunny und Scheer seid. Aber es ist zu den 70ern. Wir sind noch fertig. Hallo. Hallo. Viel Spaß, geht's euch gut? Sehr gut. Hervorragend. Schön seid ihr alle. Hallo. Hallo! Hallo ¿Hu de temps? Hallo! Guten Morgen. Welcher Profisänger wird seine Entscheidung noch beräumen? Heute vergeben wir zum ersten Mal die Pflicht. Heute vergeben wir zum ersten Mal die Pflicht, die zweite Pflicht. Oh Gott, ich bin die böse Könige in diesem Sinne. Was ist denn da alles an? Du badest alles aus, was ich nicht mitbringe, das ist sehr gut. Ich warte nächste Woche an Rüstung. Okay, Steigrock, ja? Ja, natürlich. Am Tag war ein Traum, weiß ich nicht. Aber das ist ja gut. Ich möchte, wie gesagt, schau es mal an. Wunderbar. Ja, wenn es schnell ist, stehst du hier auf, patzt ein bisschen mit, mach mal ein Zauberrack, Pupu, was auch immer. Ja, habt noch einen Spaß. Nein, ich bin nicht talentiv. Und wenn der Aufwand zum Ende ist, haben wir gesagt, boah, das war einfach großartig. Okay, naja, das ist so, ja, ich hab das immer dabei. Noch bei einem Anzertus. Ja, ich hab das immer dabei. 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 Ja, ich hab das immer dabei. Ich hab das immer dabei. Ich hab die Wanderung in dir. Ja, ich hab das immer dabei. Jetzt hab das immer dabei. Dann machst du mehr ein Laden. Dann, wenn du dir da hinunter bist. Und dann, wenn du reingest, musst du reingest, mit dir da hinunter. Musik The women will have a great job in this world. That's great, that was now for my brother. We are going with your friends. Oh, my, my dragon, let's go. This is Andre, ladies, this is Andre from this room. So everybody These are the fabulous backing vocals of It Takes Two. What are your names ladies? Hi, I'm Myra, I'm Louise, I'm Esther and they're brilliant Thank you Thank you Ah, that's marked Du bist so talentier. Ich dachte, ich steig mal anders auf, weißt du nicht? Ah, ne, das war gut. Freut mich. Wie lange hast du gebraucht, bis du alle Buchstaben beieinander hast? Wie oft hast du geübt? Wie sie sich generell gebraucht? Oder nur dir? So tief möchte man jetzt nicht in die Materie eintrauchen. Mein Redaktionsteam und ich saßen vor vier Tagen zusammen und dachten, dass wir so was tun und wir brainstormen und wir engagieren noch eine Agentur, die zu brainstormen kann. Ihr habt euch hier unter die neugierigste Person in diese Arena eingeladen. Ich möchte hier keine Prüfung geben. Doch, ich hab noch nicht gefragt welche, aber ist egal. Die nächsten Wochen hätten wir es genauer. Denn es knistert. Im Ernst jetzt? Ich weiß nicht. Wie gesagt, ich bin noch nicht so weit in meiner Forschung hin, dass ich, deswegen möchte ich hier noch kein Klang sehen, über den ich beobachte und werde mich beobachten. Hast du schon welche gesehen, wo du denken konntest, da geht weg? Das ist geil. Sieht ja. Wie ist das auch dann? Ja. Also mich kann man nicht ernst nehmen. Mich kann man nicht ernst nehmen. Ja. Meine Lieben, das war wieder eine wahnsinnig tolle Sendung. Sehr, sehr spannend. Bis Ende sehr unerwartet. Schaut wieder ein. Nämlich Molt. Tschüss. Tängst. Jäle Sü我觉得? Wash am Werk. närmal Mieren und noch meine Gäle Die Gäle güten. Vielen Dank.